Leute, das war es gewesen von der Stereo-Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und danke an alle, die am Start waren. Wer sich das Ganze jetzt noch anhören möchte, im Nachhinein zweit nach oben. Da kommt ihr auf meinen Account. Und am Montag bin ich schon wieder live mit Stani auf Stereo. Also checkt das gerne aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen.